Glück auf Schalke und herzlich willkommen zum Realtalk nach unserem Heimspiel gegen Werder Bremen. Am Ende gab es eine deutliche 1 zu 4 Pleite und die wirft natürlich Fragen auf. Die Frage, ob Schalke gut genug ist für den Aufstieg, die Frage, ob es das jetzt war mit dem Aufstieg und natürlich auch die Frage, was man nun besser machen muss nach dieser Schmach gegen Werder Bremen. Denn manche Bremer, manche Experten haben von Machtdemonstrationen gesprochen, von einer Leistung von Werder und von Schalke, die gezeigt hat, was Sache ist. Ja, Sache ist, dass Werder gewonnen hat und das auch verdient, dass wir verdient verloren haben, weil wir nicht gut gespielt haben und dass wir Tabellenplatz 1 eingebüßt haben, weil Werder uns überholt hat. Das sind jetzt einmal die nüchternen Fakten und am Ende kann man sicherlich sagen, geht das auch so vollkommen in Ordnung. Trotzdem muss man natürlich darüber sprechen, was im Spiel passiert. ist, was schlecht war, was vielleicht aber auch ganz gut war, was man jetzt mitnehmen sollte und wie man es vielleicht auch handhaben sollte, weil jetzt in Panik zu verfallen, was glaube ich, oder die Gefahr ist natürlich da bei vielen Schalke-Fans, wäre für mich der komplett falsche Weg. Also wenn man jetzt irgendwie meint, sind wir denn wirklich nicht gut genug oder müssen wir denn spielerisch besser werden oder sonst was. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Aber bevor wir darauf gucken, gucken wir nochmal ganz kurz auf das Spiel. Es war ja ein wichtiges Spiel. Für mich war es ein Spiel, wo du mehr zu verlieren als zu gewinnen hast. Ich habe schon vorher eigentlich gesagt, unentschieden wäre an sich in Ordnung. Ein Sieg wäre sehr, sehr viel wert, aber eine Pleite wäre nochmal umso bitterer. Ja gut, es ist halt jetzt genau dazu gekommen, dass wir dieses Spiel verloren haben und Werder Bremen uns damit überholt hat. Deswegen war für mich die Bedeutung des Spiels durchaus groß, ähnlich groß, wie aber auch die Bedeutung der nächsten drei Spiele, weil es waren und sind einfach vier, jetzt halt drei Endspiele um den Bundesliga-Aufstieg. Und die Stimmung unter der Woche war ja eigentlich auch ganz gut. Wir haben letzte Woche in Darmstadt 5 zu 2 gewinnen können. Es war eine wirklich gute, effektive Leistung und ja, das Selbstvertrauen sollte ja eigentlich da gewesen sein. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Wenn man jetzt über die Fans, über die Stimmung, über das Volumen, die Wucht in der Arena spricht, kann man natürlich nur Gutes sagen, weil die Stimmung war überragend. Die Stimmung war erstklassig auch von Werder Bremen. Es war generell eine tolle Atmosphäre von beiden Seiten in der Arena und somit war ja eigentlich alles für ein gutes Fußballfest gemacht. Was mir von Beginn an im Spiel fehlte, war aber die letzte Power. Die letzte Überzeugung, ein Zweikampf zu gewinnen. Die letzte Power im Pressing, nochmal einen Meter mehr zu gehen. Der letzte Wille eben auch für Schalke, das letzte bisschen zu geben. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Selbstgefälligkeit ist das glaube ich nicht, aber ich habe mich gefragt, warum man das nicht aufgrund seines Selbstbewusstseins macht. Weil das müsste ja eigentlich da sein, nach fünf Siegen in Folge, nach der Eroberung von Platz 1 und so weiter und so fort. Das war das, was mich am meisten enttäuscht hat. Weil der Fußball, den wir gespielt haben am gestrigen Tage, war nicht zwingend schlechter als die letzten Wochen. Was mich nämlich die letzten Wochen schon so sehr gestört hat, war, dass viele gesagt haben, oh, unter Mike Büskens, da spielen wir auf einmal richtig guten Fußball. Nee, wir haben einfach nur effektiver gespielt. Und das ist jetzt auch gar keine Kritik an den letzten Wochen, sondern einfach nur eine Erkenntnis des Werder-Spiels, dass auch da rein spielerisch nicht alles schlechter war, aber trotzdem natürlich das Spiel schlechter war. Klingt komisch, ist aber so. Weil wir uns vor allen Dingen in den letzten Prozentzahlen einfach nicht durchgesetzt haben. Jeder zweite Ball ist bei Werder gelandet, jeder wichtige Zweikampf wurde von einem Werder-Spieler gewonnen und jeder Schuss aufs Tor ging bei Werder gefühlt rein, überspitzt gesagt und bei uns nicht überspitzt gesagt. Jetzt nicht, dass die Werder-Bremen-Fans meinen, ihr habt nur gewonnen, weil ich das sage, weil ihr nur effektiv wart. Nein, Bremen hat für mich reifer, besser und solider gespielt und effektiver. Auch nicht mehr, nicht weniger. Deswegen war es für mich auch keine Machtdemonstration oder sonst was, sondern es war eine Bremer Mannschaft, die sehr, sehr gut performt hat, die in dem, was sie kann, sehr, sehr gute Lösungen gefunden hat und unglaublich effektiv war. Und wenn man sich die vier Tore anguckt, ist das halt schon unglaublich, was da passiert ist gestern. Wir waren das schlechtere Team, das 1 zu 0 nach neun Minuten lag, durchaus auch schon da in der Luft. Aber es war halt nach dem Eckball, nach einer kurzen Eckball-Variante. Martin Freisel sieht bei dem Schuss nicht wirklich gut aus, dann ist Grujev zur Stelle und macht das Tor. Ich will auch gar nicht so viel über das Spiel als über einzelne Szenen erzählen. 2 zu 0, ähnliche Geschichte, kurze Ecke, Ball Richtung zweiter Pfosten, da steht Völkrupp war es komplett frei. Das war einfach so schlecht verteidigt. Und auch das meine ich halt damit, dass für mich bei solchen Szenen das letzte Prozentsätzchen vollkommen gefehlt hat. Und da frage ich mich, warum das so war? Wir hatten doch gar keinen, also warum hatten wir so eine Angst gefühlt, in dieses Spiel zu gehen? Warum? Das war doch gar nicht notwendig. Wir hätten doch mit einer breiten Brust aufspielen können nach den letzten Spielen. Und das hat mich echt gestört. Und da gehst du in eine Pause rein, wo du wusstest, 2 zu 0 ist vollkommen verdient. Dass Werder Bremen hier bei uns so führt, aber du wusstest auch, du musst dich deutlich steigern. Das kam aber nicht zu Beginn der zweiten Hälfte. Natürlich fiel auch schnell das 3 zu 0. Marvin Dux, abgefälschter Schuss. Und das 4 zu 0 fiel er auch schnell. Marvin Dux, abgefälschter Schuss. Danach hatten wir dann mehrere Halbchancen. Wir haben weitergemacht, wir haben weitergespielt. Ja, solche Dinger wie dann Kaminskis Kaufball gehen halt an so einem Tage halt auch nicht rein. Dann hat der noch Tirodde sein Tor gemacht zum 1 zu 4. Was finde ich auch verdient war, dass wir uns dann nochmal belohnt haben. Aber es war einfach zu wenig. Ich hatte immer und immer wieder das Gefühl, heute kann uns einfach nichts gelingen. Was mich auch geschöttert hat, waren die Auswechslungen. Die habe ich teilweise nicht so ganz verstanden. Warum an Itakura, der noch mit der auffälligste Wein die Abwehr ziehen musste, ist aber auch jetzt kein Thema, was man ausschlachten muss. Dafür bin ich auch der Falsche. Das können die machen, die das bei Gramotzes auch schon gemacht haben. Denn am Ende haben wir gewonnen. Äh, gewonnen. Verloren. Am Ende haben wir verloren. Und Werder Bremen hat gewonnen. Das mit 4 zu 1. Und das, wie gesagt, in Summe auch durchaus verdient. Ja, was macht man jetzt? Einfache Antwort. Weitermachen. Und ich glaube, das Signal nach dem Spiel und auch schon während des Spiels von uns Fans war eindeutig. Weitermachen. Bloß nicht in Panik verfallen. Man hat relativ schnell nach dem Spiel gemerkt, dass die Mannschaft, finde ich auf jeden Fall, genau wusste, was Sache war. Dass es deutlich zu wenig war. Und dass sie sich trotzdem sicher ist, dass wir Fans hinter der Mannschaft stehen. Und genau das soll bitte jetzt auch so bleiben. Lass uns jetzt nicht jeden Tag darüber diskutieren, welche Kleinigkeiten nicht gut waren. Ob man spielerisch es besser machen muss. Ob man gegen Sandhausen jetzt verlieren, wenn der Aufstieg futsch ist. Lasst uns einfach weiter supporten. Nächste Woche Freitag geht es richtig rund in Sandhausen. Es werden tausende Schalker da sein. Wie viele genau, keine Ahnung. Aber es wird in Sandhausen Stadion so sein, dass viele Blaue da sein werden. Und das ist gut. Weil der Support gegen Werder Bremen, der war wahnsinnig gut. Und auch während man viel hinten lag, hörte der Support überhaupt nicht auf. Ganz im Gegenteil. Wir haben die Mannschaft abgefeiert, als wenn wir 4-0 führen würden. Und das ist genau das richtige Signal. Jetzt bloß nicht in Panik verfallen, Unruhe stiften oder sonst was. Wir standen die letzten zwei Spieltage auf Platz 1. Und da habe ich auch schon immer gesagt, es ist nicht wirklich wichtig, ob wir auf Platz 1 stehen. Sondern wann wir auf Platz 1 stehen. Und das ist, oder auch Platz 2, der 34. Spieltag. Nach dem 34. Spieltag. Und das ist auch weiterhin so. Jetzt haben wir verloren gegen Werder Bremen. Das vollkommen verdient. Nochmal Glückwunsch an der Le Bremer. Es war einfach ein reiferer, besserer Auftritt eurer Mannschaft. Und das zeugt von Qualität. Und das zeugt von Aufstiegsqualität. Ob es einem erreicht oder nicht, wird man sehen. Und wir haben jetzt noch drei weitere Endspiele. Also weitermachen. 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 Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und nicht das, was man vielleicht an Stellschräubchen ändern könnte. Weil dafür sind wir Fans, die Falschen. Das sollen die Spieler und Trainer machen. Wir sind dafür da, die Mannschaft zu supporten. Und nächste Woche in Sandhausen, wer im Stadion sein wird, zum Sieg zu brüllen. Ich bin da. Ich freue mich sehr darauf. Und danach geht es gegen St. Pauli. Danach gegen Nürnberg. Aber jetzt zählt nur Sandhausen. Man darf heute sicherlich sich nochmal ärgern. Aber spätestens am Morgen voller Blick auf den nächsten Gegner. Und nicht mehr der Blick zurück. Denn, ja, das war halt nichts gegen Werder Bremen. Das muss man halt so sagen. Es war halt nichts. Wenn du zu Hause ein zu viel verlierst, dann war es nichts. Und es war auch nichts. Und es war nicht gut genug. Also, eure Meinung zum Spiel mal gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ganz einfach. Macht's gut. Ciao. Und Glück auf an alle Schalker.